Hallo zusammen, schön, dass du wieder zu einem neuen Lumina AI Tutorial eingeschaltet hast. Mein Name ist Björn und heute gibt es den vorletzten Filter aus meiner Reihe Tooltime und zwar Abwedeln und Nachbelichten. Ich hoffe, es ist wieder ein interessantes und spannendes Video und wünsche dir viel Spaß beim Zuschauen. Den Filter Abwedeln und Nachbelichten, den findest du in der Werkzeugleiste, wenn du einmal nach ganz unten in die Rubrik der Professional Filter durchscrollst und dann an vorletzter Stelle das Abwedeln und Nachbelichten auswählst. Wenn ich den Filter einmal öffne, dann sehen wir, habe ich hier drei Auswahlmöglichkeiten. Aufhellen, Abdunkeln und Radieren und darunter vier Einstellregler. Die Pinselgröße, die Weichheit, die Stärke und den Gesamtbetrag. Mit dem Aufhellen habe ich die Möglichkeit, bestimmte Bereiche im Bild aufzuhählen. Ich denke, das ist selbsterklärend. Abdunkeln ist auch klar, damit kann ich bestimmte Bereiche im Bild abdunkeln. Und sollte ich mich mal irgendwo vermalt haben, weil ich zum Beispiel einen dunklen Bereich aufgehellt habe, den ich nicht aufhellen möchte oder umgedreht. Ich habe einen hellen Bereich abgedunkelt, den ich gar nicht abdunkeln wollte. Dann habe ich über die Auswahl Radieren noch die Möglichkeit, das Ganze wieder zurückzunehmen. Was möchte ich denn jetzt eigentlich mit diesem Bild erreichen? Nun, ich möchte, dass der Wasserfall noch so ein bisschen deutlicher zur Geltung kommt. Denn wir haben hier noch ein zweites dominantes Element im Bild und zwar den Fahnen. Um den Betrachter jetzt mehr auf den Wasserfall zu lenken, kann ich das Ganze über das Aufhellen des Wasserfalls so ein bisschen beeinflussen. Und damit möchte ich jetzt auch mal anfangen. Ich habe Aufhellen ausgewählt und der erste Einstellregler, das ist die Pinselgröße. Eigentlich ist das Ganze selbsterklärend. Mit der Pinselgröße habe ich die Möglichkeit, die Größe des Pinsels zu bestimmen. Ziehe ich den Einstellregler nach rechts, wird der Pinsel größer. Ziehe ich ihn nach links, wird der Einstellregler kleiner. Mir reicht hier so ein Wert von 50. Das ist für den Wasserfall hier eigentlich groß genug. Hier sei allerdings auch gesagt, wenn man eine richtige Bildbearbeitung macht, dann muss man diesen Pinsel regelmäßig anpassen. Also für jeden Bereich, den man aufhält, sollte man dann halt gucken, dass man entsprechende Pinselgrößen auswählt. Über die Weichheit habe ich jetzt die Möglichkeit zu bestimmen, soll das Ganze eine harte Kante bekommen oder möchte ich einen weichen Übergang. Auch das ist eigentlich selbsterklärend. Steht der Regler hier oder der Wert hier auf 100, dann ist es ein sehr weicher Übergang. Wenn ich den Wert auf 0 stelle, dann habe ich hier einen harten Übergang. Hier kann ich das Ganze irgendwo so bei 80 stehen lassen. Reicht vollkommen aus. Haben ein bisschen mehr, was wir hier an Fleisch haben. Der nächste Einstellregler, das ist die Stärke. Und diese Stärke bestimmt die Intensität des Aufhellens oder auch des Abdunkelns. Habe ich jetzt hier einen Wert von 100, dann ist das eine sehr hohe Intensität, was aufgehält oder abgedunkelt wird. Und je weiter ich den Einstellregler nach unten ziehe, umso weniger stark ist die Intensität des Aufhellens. Da ich das Ganze hier nicht übertreiben möchte, soll das natürlich nicht ganz so hoch eingestellt werden. Um dir aber den nächsten Einstellregler, den Gesamtbetrag, erklären zu können, werde ich diesen Wert erst einmal bei 100 stehen lassen. Ich werde das jetzt aber gleich dann auch anpassen. Ich werde jetzt mal hier über den Wasserfall drüber gehen. Und du siehst, das ist natürlich viel zu hell. Das macht das Bild eigentlich nur kaputt. Es gibt jetzt mehrere Möglichkeiten, das wieder rauszunehmen. Bin ich mit einer Gesamtbearbeitung fertig? Also ich habe abgedunkelt, ich habe aufgehellt. Und das gefällt mir am Ende nicht ganz so gut. Ich möchte es vielleicht etwas weniger stark haben. Dann muss ich nicht anfangen und muss hier in einzelne Bereiche reingehen und das zurücknehmen. Ich kann sagen, okay, der Gesamteindruck ist mir zu hell, zu dunkel. Dann habe ich die Möglichkeit, über den Gesamtbetrag das Ganze runterzureduzieren. Nehmen wir hier mal einen Wert von 25 und du siehst, wir haben jetzt hier nicht mehr so einen hellen Wasserfall. Das ist die eine Möglichkeit. Habe ich jetzt bestimmte Bereiche im Bild, die ich jetzt zurücknehmen möchte? Dann kann ich das auch machen. Dann wechsle ich hier auf Radieren. sage Stärke reduzieren. Macht die Pinselgröße einfach etwas größer, sodass ich keinen anderen Bereich natürlich erwische, den ich angefasst habe, den ich aufgehellt oder abgedunkelt habe. Und gehe jetzt hier drüber. Auch das ist eine Möglichkeit, bestimmte Bereiche hier rauszunehmen. Ist mir das immer noch zu viel, kann ich noch weiter runtergehen und kann das noch weiter hier wieder abdunkeln. Leider haben wir nicht die Möglichkeit, zum Beispiel den letzten Schritt rückgängig zu machen. Weder über CTRL-Z noch über die Möglichkeit, über die Bearbeitung hier oben wieder rufen auszuwählen. Habe ich leider nicht die Möglichkeit, ist ausgegraut, kann ich klicken, wie ich möchte. Funktioniert leider nicht. Jetzt setze ich den Filter einmal zurück und dann zeige ich dir, wie ich das Ganze hier anpassen möchte. Du siehst auch, wenn ich den Filter zurücksetze, Pinselgröße, Weichheit, Stärke, Gesamtbetrag, das bleibt alles auf dem Wert stehen, den ich eingestellt habe. Auch hier hätte ich mir gewünscht, dass dann entsprechend die Filter komplett zurückgesetzt werden und auch die Einstellregler aufhellen. Ich möchte hier eine Stärke von wirklich vielleicht, nehmen wir 25. Die Weichheit, wie eben schon gesagt, setzen wir auf den Wert von 80 in etwa und die Pinselgröße lassen wir bei 50 stehen. Jetzt gehe ich hier drüber und das gefällt mir doch hier schon deutlich besser. So, nehmen wir das hier noch. Und jetzt kommt das, ich würde gerne die Pinselgröße anpassen und das Ganze hier vielleicht im Bild anpassen, geht leider nicht. Angeblich soll es mit der Klammer funktionieren, Klammer auf, Klammer zu und dem Mausrad. Bei mir funktioniert es nicht. Ich muss tatsächlich hier über die Pinselgröße, über den Einstellregler hergehen, und muss sagen, ich passe das jetzt hier individuell an. Ganz, ganz wichtig, dafür wechseln wir in die 100%-Ansicht, ist auch etwas, wo ich sage, ganz, ganz wichtig, jetzt müssen wir einen Moment warten, jetzt, arbeitet bei solchen Sachen lieber in der 100%-Ansicht, als wie, wenn ihr hier im Gesamtbild seid, das jetzt eben aus Demonstrationszwecken, mal so groß gelassen, aber ihr seht, hier würde ich sogar hergehen, würde sagen, ich möchte etwas mehr Stärke reinnehmen. Und ihr seht, da passiert jetzt auch nichts, also ich kann diese Stärke auch im Nachhinein nicht mehr einstellen. Ich muss jetzt tatsächlich dann wieder neu hier drüber gehen. Und jetzt ist mir das gerade passiert, was ich am Anfang gesagt habe, ich bin hier über diesen Ast von dieser Tanne oder von diesem Baum drüber gegangen, und der ist jetzt ein bisschen aufgehält. Heißt, ich gehe jetzt hier auf Radieren, passe meine Pinselgröße an, meine Weichheit, die kann hier ruhig ein bisschen höher sein, Pinsel wieder kleiner machen, noch kleiner, und das ist eben das, was mich jetzt hier so ein bisschen ärgert, wenn ich hier arbeiten möchte, dass ich dann jedes Mal erstmal gucken muss, passt das von der Größe her, und dann muss ich hier nochmal dran. Und jetzt habe ich den Bereich wieder abgedunkelt. Gehen wir wieder am Bildschirm anpassen, warten den kurzen Moment, und jetzt sieht man, das sieht deutlich heller aus. Ich mache den Filter mal aus, und so finde ich, sieht das gar nicht schlecht aus. Jetzt können wir auch hier noch drüber gehen. Wie gesagt, hier wäre jetzt zum Beispiel so ein Bereich, ich helle jetzt auch hier den dunklen Bereich auf, wo ich dann sagen würde, okay, hier muss ich die Pinselgröße anpassen, oder auch hier, wenn ich drüber gehe. Das sind alles individuelle Dinge, wo man dann vielleicht auch, oder nicht nur vielleicht, wo man dann auch in der 100% Ansicht arbeiten sollte. Ich möchte dieses Video aber nicht ganz zu lang werden lassen, weil ich euch ja auch noch das Abdunkeln zeigen möchte, und dementsprechend werde ich das jetzt hier nicht in die 100% Ansicht reinnehmen. Wenn ihr eine Bearbeitung macht, wie gesagt, kann ich euch dazu nur raten, solche filigranen Arbeiten dann auch in der 100% Ansicht zu machen. Jetzt möchte ich noch andere Bereiche des Bildes hier abdunkeln, dann wechsle ich auf Abdunkeln, und auch hier muss ich wieder anfangen, entsprechend die Pinselgröße anzupassen, die Weichheit und auch die Stärke, weil wenn ich das jetzt bei 100 lasse, dann habe ich eins, dann habe ich eine schwarze Suppe. Hier werde ich den Wert irgendwo so bei 20 einstellen, denn ich will es nicht zu dunkel haben. Und eventuell müssen wir gleich mal gucken, ob das von der Intensität reicht, oder ob ich hier nochmal dran muss. Pinselgröße, auch hier gehen wir runter, irgendwo auf so einen Wert um die 50. Und jetzt würde ich sagen, gehen wir mal hier so zwischendurch und hier die Bereiche und nehme das hier auch nochmal mit rein. Das nehme ich jetzt mit rein, um dir einfach auch gleich nochmal im Vorher-Nachher zu zeigen, dass wir hier auch die Bereiche abgedunkelt haben. Hier diese Steine, auch die möchte ich abdunkeln. Aber natürlich nicht so stark, dass wir jetzt hier nur noch eine schwarze Masse haben. Das soll einfach nur dazu dienen. Da bin ich jetzt wieder drüber. Gehen wir drauf, radieren das Ganze hier weg. Können wir darauf abdunkeln. Und jetzt können wir auch hier zum Beispiel noch drüber gehen, um diese Bachläufe vielleicht und diesen Teil vom Bachlauf auch noch etwas abzudunkeln, um eben die hellen Bereiche hier hervorstechen zu lassen. So. Auch hier könnten wir vielleicht nochmal drüber gehen. Aber das würde jetzt eher dem Fahnen hier helfen, dass der weiter so dominant im Bild ausschaut. So, wenn ich mir jetzt das Vorher-Nachher anschaue, Vorher-Nachher, dann sieht man doch hier ganz, ganz deutlich, ich habe die hellen Bereiche aufgehellt, die dunklen abgedunkelt und im Endeffekt, jeder, der aus Photoshop, Dodge & Burn schon mal irgendwo gehört hat oder aus anderen Programmen, das ist ja jetzt nichts Neues, wir machen mit Abwählen und Nachbelichten nichts anderes wie Dodge & Burn. Hiermit kann man wunderschön ganz bestimmte Bereiche im Bild aufhellen oder abdunkeln, damit dem Betrachter gewisse Bereiche mehr ins Auge fallen, als wie andere Bereiche. Und wenn wir uns das jetzt hier mal so anschauen, finde ich schon, dadurch, dass das so aufgehellt ist, ist dieser Fahnen nicht mehr ganz so dominant im Bild, das weiß, hier kommt etwas mehr zur Geltung. Und wenn wir uns jetzt mal das Komplette Vorher-Nachher anschauen, der Fahn hat jetzt natürlich durch die Bearbeitung, durch das intensive Grün, hat er jetzt natürlich an Dominanz hier gewonnen. Wenn wir uns das Original anschauen, dann sieht das hier doch eher aus, als würde der Wasserfall etwas mehr zur Geltung kommen. Durch die Bearbeitung kam der Fahn hier zum Vorschein beziehungsweise wurde dominant im Bild. Und das habe ich jetzt eigentlich, denke ich, ganz gut durch das Dodge & Burn, durch das Abwählen und Nachbelichten wieder angepasst. Meine Frage am Ende des Videos an dich, wie oft nutzt du diesen Filter Abwählen und Nachbelichten? Kanntest du dieses Dodge & Burn, dieses Aufhellen, Abdunkeln bestimmter Bereiche, oder ist das Neuland für dich gewesen? Das kannst du mir gerne mal unten in die Kommentare schreiben. Ich bin gespannt, wie dein Feedback dazu ausschaut. Ich bin am Ende des Videos angekommen. Ich hoffe, es hat dir gefallen und du hast wieder einige nützliche Informationen zum vorletzten Filter aus Lumina AI, aus meiner Tooltime-Reihe, für dich mitnehmen können. Wenn dem so ist, würde ich mich riesig darüber freuen, wenn du einen Daumen nach oben dalassen würdest und wenn du einen kleinen Kommentar unter das Video setzt. Beides davon, also der Daumen nach oben und ein Kommentar, hilft dem Ranking. Dadurch schauen es sich dann mehr Leute an, weil es YouTube anderen Leuten vorschlägt. Die kommen auf den Kanal und wir können als Community gemeinsam weiter wachsen. Ist das jetzt dein erstes Video, was du dir von mir anschaust? Dann vergiss bitte nicht, den Kanal zu abonnieren und die Infoglocke zu aktivieren. Jedes Mal, wenn ich dann ein neues Video veröffentliche, bekommst du von YouTube eine Information darüber. Bist du auf den Geschmack gekommen und möchtest auch mit Lumina AI arbeiten? Dann schau doch mal in die Videobeschreibung. Dort habe ich dir einen entsprechenden Affiliate-Link hinterlegt. Darüber kannst du das Programm vorbestellen. Es sei allerdings auch gesagt, Skylam hat vor einigen Wochen den Nachfolger von Lumina AI angekündigt, Lumina Neo. Auch dazu gibt es in der Videobeschreibung einen Affiliate-Link beziehungsweise es gibt ein Bundle Lumina AI und Lumina Neo. Dann kannst du jetzt schon mit Lumina AI arbeiten und wenn im Winter dann Lumina Neo veröffentlicht wird, dann kannst du mit Lumina Neo arbeiten. Wann das genau veröffentlicht wird, hat Skylam sich noch nicht so geäußert. Sie geben Winter an. Es soll allerdings noch dieses Jahr erscheinen. Wie gesagt, entsprechende Affiliate-Links findest du in der Videobeschreibung. Affiliate-Link bedeutet, du brauchst keinen Cent mehr zu bezahlen. Ich bekomme allerdings von Skylam eine kleine Provision, wenn du über meinen Link dir das Programm zulegst. Auf die Art und Weise hast du die Möglichkeit, mich und meine Arbeit hier ein klein wenig zu unterstützen, ohne dafür irgendeinen Cent mehr ausgeben zu müssen. Ich sage Dankeschön, Dankeschön fürs Zuschauen. Ich hoffe, du guckst auch mal bei meinen anderen Videos vorbei und wünsch dir einen schönen Tag, einen schönen Abend oder einen guten Morgen und ich würde mich riesig freuen, wenn ich dich im nächsten Video wieder begrüßen darf. Ciao! Ciao! Ciao!